Absolut ein natürliches Produkt, atmungsaktiv, trotzdem total praktisch im Falle. Durch das, dass es ein Putz ist und der durchgehend gefärbt ist, wird es, wenn ein Kratzehne kommt, zum Beispiel im Stillenhaus, durch Koffertragen. Fällt nicht auf, oder nehmen wir an, ihr habt Kinder zu Hause und trotzdem schön wohnen, ist das vereinbar. Wenn die mal da Finger hin tun oder irgendwie Kratzer rein machen, gar kein Thema, fällt nicht auf, total nicht. So, die nächste Platte ist fertig. Kommt zum Trocknen.